Und auch Ihnen, ohne Sie, wird der Laden immer noch ein Trümmer auf. Vergessen Sie auch bitte Vincent Randolph nicht. Es war das erste Mal, dass wir bei einer Sache zusammengearbeitet haben. Ich bin Ihnen sehr dankbar. Besuchen Sie mich bald in der Hand. Auf mich kannst du dich verlassen. Oh, Mike. Bis bald. Wiedersehen, Mama Sie. Kann ich Sie ein Stück mitnehmen? Danke, das ist nett, aber ich hab's nicht sehr weit. Ich möchte ein paar Schritte zu Fuß gehen. Mike, Gary weiß auch heute noch nicht, dass Vincent Ihr Vater ist. Danke.